Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo zu TSW4. Wir haben heute hier am 1. April ein paar Teaser bekommen und ganz brüffrisch hier dieses Video für euch. Um 12 Uhr heute, deutscher Zeit, ist dieser Teaser erschienen auf der Social Media Seite von Trends in World 4. Und zwar, we hear your love for German rolling stock and TSW3 have proposed we rename April 1st DOSTO Appreciation Day. Okay, also wir haben hier dieses Bild von diesem DOSTO und hier steht, we personally would have taken a pic of the Capcal though. Also wir sehen den Steuerwagen vom DOSTO nicht, aber wir sehen hier was ganz anderes, ganz interessantes. Wenn wir nämlich reinzoomen, seht ihr, was das hier ist? Seht ihr das? Das hier ist der Steuerwagen eines Intercities. Das ist ein Intercity-Steuerwagen, der uns hier angeteasert wurde. Leute, ich kann es kaum fassen, der Intercity-Steuerwagen wird endlich für den TSW4 erscheinen. Das ist ein Fahrzeug, das sich viele, inklusive meiner Wenigkeit, über viele Jahre hinweg schon gewünscht haben. Und ja, oft genug ins Forum bei DTG reingeschrieben haben, wir wollen den Intercity-Steuerwagen haben. Die TG wissen lassen, hey, damals, als ihr die 101 veröffentlicht habt, eigentlich hätte doch ein Steuerwagen noch mit noch dazukommen sollen. Und jetzt ist es anscheinend so, dass der Steuerwagen kommen wird, sehen wir hier in dieser Reflexion für diesen DOSTO. Und ich bin wirklich mehr als nur begeistert. Ich bin natürlich ganz gespannt, wie ihr das aufnehmt, diese Nachricht hier. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin da ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Aber wir haben den Intercity-Steuerwagen endlich hier angeteasert für TSW4. Und zwar das Ganze anscheinend von TSG. Sonst wäre ja TSG nicht erwähnt worden hier in dem Text entsprechend. Also anscheinend ist das ein DLC, was nicht von DTG gebaut wurde, sondern eben unter einer Marke von TSG erscheinen wird. Von Trains in Germany. TSG ist bekannt für die Fostlogie 6 im TSW, für die Niddertalbahn. Und für die involviert hat in diverse andere Projekte, die DTG veröffentlicht hat. Sowas wie zum Beispiel die Baureihe 103, die Baureihe 110, die 425, all dort an diesen Stellen war auch TSG mit dabei. Und ja, anscheinend ist das jetzt so, dass TSG hier den Intercity-Steuerwagen baut. Und zwar sieht das für mich so aus, das ist glaube ich Salzburg-Rosenheim als Strecke. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist Salzburg-Rosenheim. Und anscheinend wird wohl dieses Log-DLC dann für Salzburg-Rosenheim erscheinen. Stellt sich dann noch folgende Frage. Wie sieht dieser gesamte Zugverband aus? Also wenn wir mal hier so reingehen. Das hier ist der Intercity-Steuerwagen. Hier mal das Bild von Wikipedia. So wird dieses Fahrzeug dann am Ende aussehen. Da gibt es ja unterschiedliche Bauarten. Es gibt auch, glaube ich, Intercity-Steuerwagen, wo meine ich sogar noch eine erste Klasse dahinter ist. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ansonsten gibt es halt hier zweite Klasse und hier vorne ist so eine Art Mehrzweckabteil direkt hinter dem Führerstand. Das ist allseits bekannt. Und ja, ich denke mal, das wird das einzige neue Fahrzeug am Intercity sein. Ich denke mal, ansonsten werden wir wie gehabt die erste und zweite Klassewagen haben, die wir auch schon mit der Baureihe 101 damals bekommen haben. Also die AVMMZ und die BPMMZ. Also die bekannten Großraum- und Abteilwagen. Die werden wohl da mitgeliefert werden. Vielleicht werden wir ein Bordrestaurant bekommen. Ich persönlich würde es nicht erwarten. Wäre natürlich noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Aber ich denke mal nicht, dass ein Restaurantwagen noch mit dazu kommt. Ich denke mal, es wird der Intercity-Steuerwagen sein, der hier der Star ist. Und ich denke, das reicht auch vollkommen aus. Ganz ehrlich, also ich kann auf das Bordrestaurant vollkommen verzichten. Und das heißt, dass wir eben den Steuerwagen bekommen. Und dann stellt sich noch die Frage, welche Lok kommen wird. Und da ja bisher nichts angeteasert worden ist von der Baureihe 120 zum Beispiel, denke ich, wird es die Baureihe 101 sein. Vielleicht ist die 101 noch ein bisschen überarbeitet. Vielleicht hat sie neue Sounds bekommen. Ist ja schon eine sehr, sehr schöne Lok. Vielleicht kommen ja noch ein paar weitere Funktionalitäten mit hinzu. Ansonsten würde ich aber prinzipiell erwarten, im Grunde genommen, all das, was wir an Rollmaterial bekommen haben mit der Baureihe 101, mit dem DLC, plus eben der Intercity-Steuerwagen. Und der Steuerwagen ist dann eben das neue Produkt hier an dieser Stelle und wird als Lok-DLC erscheinen für Salzburg-Rosenheim. Ich denke mal nicht, dass es auf anderen Strecken ein Layer haben wird. Ich denke mal, es wird wirklich dabei bleiben, dass erstmal auf Salzburg-Rosenheim der Steuerwagen da reinlayert, weil für die anderen Strecken ist der halt einfach bisher noch nicht eingepflegt worden in den Fahrplan. Aber das wäre natürlich toll, wenn irgendwann noch ein Fahrplan-Update kommt, vielleicht für Hauptstrecke Rhein-Ruhr, dass man dort vielleicht den Steuerwagen noch benutzen kann für München-Augsburg. Kommt ja vielleicht auch noch irgendwann ein Fahrplan-Update, je nachdem, wenn die Baureihe 420 kommt. Aber das ist jetzt noch weit in die Zukunft gegriffen. Genauso ist in die Zukunft gegriffen, zu sagen, wann der Steuerwagen erscheinen wird. Das ist jetzt noch nicht klar. Also das Ganze ist Work in Progress natürlich. Ich denke mal irgendwann auf jeden Fall dieses Jahr noch. Vielleicht nicht mehr im April, aber Mai, Juni, irgendwie sowas kann ja gut sein, dass da vielleicht der Steuerwagen dann schon ready ist. Ich würde vielleicht zum Mitte des Jahres oder Anfang der zweiten Jahreshälfte tippen. Ja, das war nicht übrigens der einzige Teaser, den wir bekommen haben. Schon eine Stunde vorher gab es hier diesen Teaser, der gepostet wurde. Das ist von der Kefkart Circle-Strecke aus Schottland. Und der Text dazu war, dass es manchmal auch ärgerlich ist, wenn der Fotomodus nicht das fokussiert, was man gerne fokussieren möchte. Das heißt also, man sollte darauf achten, was nicht fokussiert ist im Bild. Und da ist das Interessante, dass das hier dieser Ausschnitt hier links ist, ebenfalls hier diese Reflexion. Und da ist die Community sehr schnell darauf gekommen, dass das eine Class 380 ist. Also dieser Triebwagen hier, beziehungsweise Triebzug in der Scotch-Rail-Lackierung, der wohl vielleicht dann als DLC, als Log-DLC erscheinen wird für Kefkart Circle. Also diese Information wollte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht der Star der Stunde, sondern der Star der Stunde ist für uns ganz klar der hier, der Intercity-Steuerwagen, guckt es euch nochmal an, herrlich. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback, auf eure Kommentare dazu. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja noch ein zweites Video heute, wer weiß, je nachdem, was sonst noch so angeteasert wird. Gut, dann, wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt, lasst gerne ein Abo, ein Like, wie auch immer da. Ansonsten bis zum nächsten Mal, alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao. Und ey, ich bin so glücklich.